Der Drache kommt wahrscheinlich rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von ToWoof. Mein Name ist NLP und heute geht es um verschiedene Dinge. Beispielsweise möchte ich euch endlich erklären, wozu ist die Stadt Superstition. Die wenigsten wissen das. Heute werde ich endlich mal den Trick verraten oder die Information, die steht wirklich nirgendwo. Aus dem Grund, weil sie wirklich nur von Spieler zu Spieler ganz tiefgründig weitergereicht werden. Nur die Top Gamer wissen, was das bedeutet. Das werdet ihr gleich erfahren. Dann werde ich euch auch noch erzählen, kann man demnächst mehr als 100 Drachenseelen haben? Das ist die Frage. Wir sehen gleich, ja kann man und dann sieht man auch gleich, was dann passiert. Außerdem eine Fluxfahrmethode, Oh, ich habe die echt vergessen in meiner Top 5. Die ist mir auch gar nicht selber aufgefallen, sondern die kam von einem Spieler. Ich muss sagen, danke an dieser Stelle, dass du mir die genannt hast. Wow, kann ich nur sagen, eine Million Flux in ungefähr 10 Minuten ist drin, wenn man, wenn man, ich sage mal, schlau ist. Man muss schon ein bisschen was können, aber es ist halt so, es ist viel zu overpowered. Aber auch wenn ich die verrate und dann wahrscheinlich ist sie nicht mehr ganz so effektiv, trotzdem wollte ich sie einfach erwähnt haben. Und zuletzt an alle Streamer da draußen, die gerne auch auf Twitch streamen wollen, aber das Problem haben, Oh, ich stream und ich habe nur einen Zuschauer und ich habe nur irgendwie 10 Follower. Da werde ich dann später noch am Ende der Folge euch was zeigen dazu, wie ihr das schnellstmöglichst boosten könnt, wie das am besten funktioniert. Denn ihr wollt ja so schnell wie möglich Twitch-Partner werden und dann die Codes bekommen, dann läuft alles von alleine. So, fangen wir dann an mit Superstition. So, wir sind in einer U6-Welt. Unser Inventar ist natürlich leer. Ich möchte euch zeigen, wozu Superstition da ist. Und zwar beeinflusst das die Drop-Chance höherer Schattenteile. Wir müssen natürlich eben kurz umswitchen auf ein Superstition-Dingern. Genau, die Cement hatte 13, aber mittlerweile gibt es ja sogar ein besseres Teil. Und zwar das, welches war das? Genau, 100 Superstition beim Midnight-Minion müsst ihr drin haben. Und dann farmt ihr einfach. Ihr werdet dadurch weniger Magic-Find haben, das ist halt der Nachteil, weil man keinen Cotton Candy oder Schock bekommt. Durch weniger Magic-Find löst Magic-Find weniger aus. Höhere Superstition ist leider auch so, dass der Magic-Find-Faktor intern reduziert wird. Aber wichtiger ist noch, wenn man einen hohen Superstition-Wert hat, steigt die Chance, dass höhere Schattenteile oder sogar besser droppen. Wir springen kurz vor. In 10 Minuten sehen wir uns wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt sehen wir mal die zwei Teile, die wir gefunden haben unterwegs. Die besten Teile. Zwei schöne Radiant-Teile. Das Beste ansonsten war nur ein Schatten Level 1 mit ein paar Sterne. Wir haben nur wenige Dungeons gemacht, aber zwei Radiant-Drops in, keine Ahnung, 10 Minuten. Oh mein Gott. Ich meine, das war Lack. Ein Radiant-Drop in einer halben Stunde ist Standard eigentlich. Und jetzt wollen wir uns aber noch einen zweiten Effekt zunutze machen. Und zwar gibt es einen Bug im Spiel. Der Superstition-Wert überschreibt nämlich bei einer ganz speziellen, einen ganz speziellen Wert, ja, sagen wir mal bei einer Rechnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das genau geschieht. Also manchmal checke ich solche Bugs nicht, wie die unerkannt bleiben können so lange oder wie die überhaupt reinkommen. Als hätte jemand die extra eingebaut. Und zwar, wenn man Kisten öffnet. Das schauen wir uns jetzt genauer an. So, ihr wisst ja noch, Midnight Mantle. Da 100 Superstition haben wir. Guckt mal links. Wenn man jetzt Magic Feind ändert, ändert sich das Ally zwischendurch. Das ist wichtig. Ihr müsst einmal vollen Magic Feind haben, die zwei Allies wechseln. Und dann dürft ihr nur den Ring aktivieren. Ihr müsst 721 Magic Feind haben und 100 Superstition. Dann funktioniert das. Es funktioniert mit kleineren Werten auch noch. Und zwar habt ihr gesehen, der Balken ist einfach mal voll hochgegangen. Es funktioniert mit kleineren Magic Feind-Werten leider besser. Seitdem ich so viele habe, ist es ein bisschen traurig. Aber seht ihr, was ich meine? Jede Kiste zählt momentan so wie jede. So 10 Kisten, 15 Kisten. Ich bin mir nicht sicher. Das kann aber noch erhöht werden, indem man einen Magic Feind-Wert von 321 hat. Das ist momentan der beste Wert. Es ist sehr schwer zu erreichen. Vor allem für Leute, die schon zu viele Drachen haben. Aber ihr könnt den vielleicht noch erreichen. Probiert es mal aus. Dann seid ihr nämlich ein von den Leuten, die dann unten im Chat einfach mal so spammen. Kennt ihr das? Ihr seid so in irgendeiner Welt oder im Trade-Chat oder so. Und dann gibt es da Leute, die dann in 10 Sekunden Abständen oder 5 Sekunden Abständen, wenn überhaupt, immer Wears ziehen. Und du denkst dir, wow, warum? Man sieht ja nicht alle Wears. Man sieht ja nur die, die announced werden. Und die anderen. Und trotzdem hat er dann 8, 9 Stück. Der öffnet nicht viele Kisten. Der öffnet nur so 150 Kisten. Und das reicht. Denn im besten Fall kriegt man so 20 Kisten pro Klick mit dem von mir gerade genannten Magic-Find-Wert. Probiert es mal aus. Sagt mir, ob es klappt. Schreibt es in den Kommentaren. Wenn es nicht klappt, dann habt ihr vielleicht die Superstition nicht aktiv oder sonst irgendwas. Müsst ihr darauf achten. Ist nicht so leicht. Ist wirklich irgendein Fehler im Hintergrund. Ich bin mir nicht sicher, warum. Dann wollen wir mal ganz kurz zu der Flux-Farm-Methode kommen. Die ist auch ganz einfach. Und zwar, wie hat das derjenige gemacht? Oder wie kann man eine Million Flux in wenigen Stunden machen? Folgendermaßen. Ihr schreibt, also ihr geht rum und sucht große Clubs. Wie geht das? Ihr geht in den Hub, sucht welche Clubs, wenn ihr links geht. Das sind da so Herzchen. Auf dem goldenen Podest sind immer Clubs mit besonders vielen Likes. Das heißt, das sind riesen Clubs. Ihr geht da hin, sucht euch so, keine Ahnung, fünf verschiedene Clubs aus. Solltet vielleicht keinen eigenen Club mehr haben. Einfach damit ihr fünf gleichzeitig bearbeiten könnt. Was ihr machen müsst, ihr müsst mit dem Leader sprechen. Ihr müsst euch da richtig engagieren. Ein wenig rumarbeiten. Ihr fragt den Leader, darf ich Architekt werden? Ich würde gerne hier bauen. Zeigt irgendwas, was ihr schon gebaut habt. Ihr müsst also leider auch ein bisschen Vorarbeit leisten bei dieser Methode. Dann werdet ihr Architekt hochgestuft. Vielleicht habt ihr auch Glück, werdet ihr euch Offizier hochgestuft. Je nachdem, wie gut ihr euch anstellt. Und was ihr dann macht, ist, ihr sucht Alpha Items und baut die einfach ab und packt die in euer Inventar und lieft später in den Club einfach nur. Der Grund ist natürlich, ihr könnt dann schön Alpha Items abgrasen. Die sind dann zwischen 50 und 150.000 wert. Wenn ihr Glück habt, findet ihr ganz spezielle Torches, blaue Torches. Die kann ich ja mir einblenden, wie die aussehen. Im Inventar, wie sie dann aussehen, wenn man sie hinstellt. Das sind diese Torches, die sind besonders viel wert. Leute bezahlen Hunderttausende dafür, für diese eine Torch. Die gibt es einfach nicht mehr. Und das nehmt ihr und verkauft einfach. Und so einfach kommt ihr an Millionen von Flux ran. Ihr müsst nur, ein bisschen, ein bisschen muss man schon arbeiten. Ist also nicht ganz einfach, aber ich würde sagen, leichter als die Top Ten oder die Top Five besser gesagt, die ich gemacht hatte, ist es auf jeden Fall. So, dann wollen wir uns unterhalten über den neuen Drachen. Und zwar ältere Drachen, die man noch mit Seelen herstellen kann, werden geupdatet. Aber nur ein paar davon. Also nicht alle, keine Sorge. Und zwar muss man dann 250 Seelen davon haben. Man muss also 150 weitere Seelen herstellen oder halt dann haben, wenn man die noch hat. und was passiert dann? Dann passiert folgendes, man kann einen zweiten Kopf dran bekommen. Ich weiß, das hört sich irgendwie an, wartet einen zweiten Kopf. Nein, nein, ich zeige euch hier ein Bild von einem Prototypen. Der Drache kommt wahrscheinlich rein und wird nicht als Ei verfügbar sein, sondern auch mit Seelen. Und das ist dann, wenn ihr 250 Seelen habt, dann sieht das so aus. und das Coole daran ist, wenn ihr schießt, schießt ihr automatisch immer zwei Bälle. Ihr könnt also doppelt so schnell schießen. Die Frage ist dann immer noch, wird das irgendwann auch einen dritten Kopf geben oder einen, der irgendwie unten dran hängt, damit er auch nach unten gleichzeitig schießen kann. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, zwei Köpfe sind confirmed. Also bestätigt. Ihr kennt das wahrscheinlich jetzt auch. Ihr habt einen Twitch-Account, habt nur ein paar Follower. Ich habe ja extra neun gemacht, damit man das auch genauer sieht. Es gibt ein, ja, sagen wir mal ein Item. Wenn man es anklickt, kriegt man immer so ein paar Follower dazu. Man klickt das an. Ich klicke jetzt immer einmal, dann seht ihr immer ein paar, es sind immer so grob 20, sage ich mal, pro Klick, an Follower, die ihr dazu bekommt. Das Gute ist, habt ihr erstmal eine gewisse Followeranzahl. Interessiert das natürlich Trial nicht mehr, ob ihr viel streamt oder nicht. Ihr müsst dann nur einen Stream noch machen. Der muss dann da bleiben, damit ihr den sehen könnt, also innerhalb der letzten zwei Wochen, euch bewerben. Wichtig ist, dass ihr nachdem ihr euer Follower geboostet habt, mindestens so dreimal streamt, nur damit ihr links die Augen, also die Views hoch bekommt. Das funktioniert so nicht. Und was ist das für ein Item? Das könnt ihr hier gewinnen. Und zwar ein Twitch-Fertilizer. Ihr müsst dazu einfach nur einen Kommentar hinterlassen unter dem Video. Ihr müsst liken und am besten das Video mit allen euren Freunden teilen, denn erst dann seid ihr dazu berechtigt, überhaupt in der Verlustung reinzukommen. Nächste Woche werde ich dann die 10 Gewinner küren, die dann den Twitch-Fertilizer bekommen. Ist auf jeden Fall cool, denn dann bekommt ihr auch Streamer-Dream-Codes. Und das war's mit meiner Folge für heute mit den ganzen Geheimnissen und Secrets von True. Ciao.